Hallo und guten Tag! Wir sind hier weiter in diesem Bereich des Bombenlegens bei The Legend of Zelda Zemminescrap. Was ich jetzt gerade wieder von mir gegeben habe, war natürlich wieder sowas von bescheuert. Aber hey, das konnte ich eigentlich schon immer gut. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich probiere es damit. So, dann gucken wir. Kann ich dich? Nein, ging ja nicht. Ja, das klappt auch ganz gut. Wir müssen ja immer noch auf den Todesberg hier. Ach, Todesberg sei schon wieder falsch im Film. Wie heißen das Ding noch hier? Gongolenberg? Ich weiß es jetzt noch. Müssen wir ja immer noch, um das zweite Element zu bekommen. Nein, ich will hier nicht runter. Ich trau dem Braten hier nicht. So. Mal gucken, ob wir wieder schlechte Erfahrungen haben oder die Aufnahme jetzt direkt beim ersten Mal synchron ist. Was ich natürlich sehr begrüßen würde und mich sehr freuen würde. Gongolmine und Gongolband. Oh, jetzt habe ich das aber ein bisschen zu laut gemacht hier. Ja, wir gehen erstmal oben her, ne? Mine hört sich immer gut an. Oder auch nicht. Das kommt auch an, was man für ein Scheiß hier machen muss. Gongolmine, Abkürzung zum Fuß des Berges. Ne, zum Fuß wollen wir nicht. Die riechen immer so komisch. Ha, ha, Bulla. Nein. Hier können wir schon mal so jetzt nichts machen. Okay. Grille. Na, na gut. Kloppt auch. Hey. Da könnte ich dann rein theoretisch runter. Hier eine Bombe legen. Ja, natürlich. Steht hier dann Abkürzung zum Fuß. Nein, ich will nicht runter, aber ich will eine Bombe legen. Hey. Mal gucken, was es hier in dieser Höhle gibt. Ich hoffe ja, es geht hier weiter. Oder es ist sogar eine Mine vielleicht. Ne, guck. Wer hätte es erwartet. Tut mir leid. Wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch einen Kletterring für 40 Rubine. Ideal für den Bergsteigen. Na, ihr habt doch kein Geld. Also, den muss ich mir auf alle Fälle vormerken. Jetzt habe ich hier massig... Ey, nee, Mann. Oh, Rubine. Wollte mich jetzt verarschen. Also. Ja, toll. 130.000 Millionen Milliarden Bomben. Da können wir uns auf alle Fälle noch einen Kletterring kaufen. Mit dem kommen wir, denke ich mal, die Wand da hoch. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das muss ich mir auf alle Fälle merken. Das ist echt cool. Okay. Hier hüpfen wir hier mal runter. Ich habe mir nichts zu verlieren hier. Das heißt, ich... Mongol-Band achtung. Ja, natürlich brauche ich jetzt diese verdammten Rubine. Ah, ist das ärgerend. Ach, Mann. Von hier bin ich gekommen. Oder? Ja. Nee, ne? Ach, Mann. Ich weiß gar nicht, habe ich die Fäden schon frei? Ich kann auf alle Fälle mal eben hier jetzt irgendwo zwei Fragmente noch holen, die hier sind. Ach, das ist ja jetzt mal Kacke. Das ist jetzt mal ergerlich. Ach, das ist doch echt Arschloch. Das ist zum Heulen. Mann. Verdammt. Okay, mittlerweile ist hier ein Rubin drin. Das ist ja noch geiler. Oder war hier schon immer ein Rubin? Nee, doch. Dann passt so das. Dann war dann ein Glücksfragmente und dann auf der anderen Seite. Warum habe ich mir den nicht ergeholt? Jetzt muss ich nämlich den ganzen scheiß Weg wieder hochklettern. Aber das ist mir da sowas von egal. Weil wir können uns jetzt diesen Kletterring holen. Juhu. Das freut mich doch. Ist jetzt zum Glück nicht so weit. Oh, das ist echt cool. Kletter. Noch. Nee, jetzt muss ich hier schon wieder die Bomben legen. Wie schade ist denn das? Ah, ich muss ja noch hier. Trotzdem do. Naja, die Bomben haben wir auch wieder. Jetzt werde ich aber mit Bomben behäuft hier. Jetzt, wo ich es eigentlich so nicht brauche im Moment. Aber hey, das ist typisch für so Spiele. Mein Glück ist das. Und ich komme damit klar. So. Da ist er. Dann gehen wir mal hoch. War das hier? Ja, müsst ihr, ne? Ja. Schön, 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 schön. Dann können wir gleich die Wand hochklettern. Juhu. Hallo. Tut mir leid, denn ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich verkaufe den Kletterring. Ja, Kletterring erhalten. Jetzt kannst du dort hochklettern, wo du bisher nicht hingelangt bist. Danke für den Einkauf. Bitte, bitte. So bin ich. Wird er hier auch irgendwie angezeigt? Ja, da unten ist er. Ah, ist das herrlich. Tatsache. Einfach. Was sind das für Dinger? Die Dinger sind komisch. Hm. Kommen wir später mal drauf zurück. Na, hier ist so nix. Kann ich da nur... Nein, lohnt sich ja. Wäre ja Schwachsinn. Komm, da kannst du doch jetzt runterspringen, Mann. Stell dich doch nicht dümmer an, da zu wissen. Nee, 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 nee. Was war das hier jetzt? Wo das... Nein, da war ja... Da konnte ich ja noch nicht weiter. Und das heißt, wir müssen jetzt unten her und dann links und dann hoch. Ich muss ja hier trotzdem wieder runterhüpfen. Boah, ich verliere gleich bestimmt so viel Leben. Energie. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Warum, warum gehe ich hier lang? Warum? Weil da schon mal ein Schild ist. Kann ich da eine Bombe legen? Na, ich hab da so ein Gefühl. Bomben reinwerfen verboten. Wo rein? Wo soll ich den Bomben reinwerfen? Kann ich da so eine Bombe legen? Hm. Yo. Bomben reinlegen verboten. Was ist das? Bums. Okay. Es passiert was. Es tut sich was. Eine Fee. Ui. Das ist aber eine edle. Willkommen beim Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe? Gold? Äh. Oder diese silberne? Gold und die silberne? Weder noch. Ich bin ehrlich. Bist du ehrlich? Deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche erhalten. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Korrekt. Möchtest du erfolgreich sein? Okay. So leicht kommt man quasi Bomben. Hm. Wollte gerade sagen. Ich habe auch gar keine Lüge. Nee. Also ich lüge ja nicht. Ich bin ja so ein Unglügner. Oh Mann. Was an Deutsch. Das ist ja schon gemein. Das läuft. Danke. Scheiß doch die Wand ab. Aber ich laufe hier gerade sehr sicher. Wie wie das aussieht. Nix trifft mich. Oha. Knapp. Das war knapp. Das war bestimmt was faul. Warum renne ich da rein? Ich verloge. Der ist blau. Zu viel getrunken. Da benutze ich doch das Ding. Ich möchte jetzt genug Schwung haben. Boah. Irgendwie sabbel ich heute wie eine Schlaftablette. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Flug. Oh es regnet. Oh 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 oh. Hier gibt es doch nichts. Doch ich kann da unten her. Da ist so ein ganz kleiner Pfad. Ja man kann es glücklich abkürzen. Wie geil ist ein Diff. Und warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Aufgefallen. Oh Wasser. Das ist also. Ne. Quatsch. Das ist. Das Regen ist also Bomben. Pass gut auf mein Kindchen. Bei unseren jetzigen Größen wäre es fatal wenn uns ein Tropfen träfe. Ja. Rennen wir nicht schlecht. Boah. Ist das ein Scheiß hier. Die Kopfschafft. Ja und warum habe ich hier keine Probleme damit? Ja okay. Ich habe da schon eine Idee. Wir rollen jetzt. Dieses Teil da rein. Und wir versuchen jetzt dieses Ding da. Irgendwie da muss ich das so jetzt machen. So. 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 Und so. Und so. Und so. Meine Damen und Kühle noch nicht. So. 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 Nicht so weit. Keine Grund. Da. Oh. Meine. Fresse. Wir haben doch keine Zeit. So was kann doch nicht hochgehen. So ein Riesenteil da vom. Wie heißt denn das jetzt noch? So ein Riesensprössling wurde da so minimal klein. Das geht doch. Das geht doch. Hat gedauert. Aber wir sind angekommen. Ich laufe einfach hier her. Dreckiges Vieh. Komm her. Das war gemein. Das war echt fies. Das war nicht lustig. Ich würde den da oben nehmen. Natürlich geht der nicht. Und nehmen wir den. So. Dann nehmen wir jetzt den. Und den. Und kommen wir schon mal wieder raus. Da gibt es nicht. Also den und den. Und den. Nein. Ja. Ja toll. Das mit mir auch nicht fehlt. Ach verdammt. Haben wir es uns verbaut? Haben wir es uns verbaut? Ich glaube ja. Kann ich den da her schieben? Das wäre auch irgendwie ein bisschen. Doch. Doch. Ah. Hahaha. Sieh mal einer an. Na sag mal. Ich habe es nicht drauf. Bam. In your face. Ich habe den noch mit erwischt. Komm her. Komm her. Rutsch. So. Don't. Na komm. Das ist ja wohl zu einfach. Da mal sehen wir uns das. Liebe den Trick. Oh. Ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube. Zwei ein Viertel Herzen hier noch. Ist auch nicht gerade viel. Ja. Alter. Hüpft der mich da komplett an? Die sind echt ganz schön fies. Na komm wieder hoch. Ich tue dir da nix. Hm. Jetzt ist die Frage wie. Muss ich da noch ein Ding drauf werfen oder wie kann ich das jetzt verstehen? Ich komme von hier da gar nicht hin wie das aussieht. Das ist scheiße. Ich würde sagen ich ja was ist das für ein Scheiß. Das ist eine Bombe. Na? Boah. Cool cool cool. Boah. Diese komischen Schleimdinger die gehen mir auf den Sack hier. Ja. Ja war klar. Komm. Ey. 20 Rubino. 20 Rubino. Juhu. Die nehme ich mit. Die nehmen wir doch mit. Boah langsam wird die Energie knapp. Was ist denn das jetzt hier? Wieder so ein Schieberätsel. Da bin ich doch geübt drin. Das kann ich doch. Eigentlich. Große Klappe und jetzt geht es gleich voll daneben. Ups. Dann laufe ich ihn daneben her. Schieb. 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 Ich frage mich immer noch was diese große Statue auf sich hat. Die ist komisch. Kann ich aber schieben. Naja die ist total sinnfrei. Da hätten die doch einfach nur einen Stein lassen können. Okay. Gut gut gut. Schieb. 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 Was mache ich denn da? So. Ich dachte hier gibt es was besonderes. Ich habe nur noch drei Viertel her. Ich kann wieder klein werden. Dann werden wir klein. Oh da ist wieder so ein Windding. Uiuiuiui. Was sind das überhaupt so viele Kerle? Die sehen voll komisch aus. Irgendwie Toten gehabt werden und dann irgendwie wieder. Irgendwie komisch. Los man. Irgendjemand muss da so ein blödes Herz drauf schmeißen. Für mich. Bitte. Nein. Natürlich nicht. So. Dann nicht. Wer braucht schon Herzen? Na ich. Bitte. Verdammt. Geh. Neltas Mine. Wir sind in einer Mine angekommen. Hallo. Eisenherz. Oh. Eisenherz. Ich fahrt nach dir. Eisenherz. Ich bin dich hier. Barbies. Okay. Wir sind in der Mine angekommen. Das ist glaube ich das Zeichen um ein Feierabend zu machen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020